Herzlich willkommen bei Yoga Today. Heute einen Rücken-Tipp. Leg die linke Hand auf den Boden, den rechten Arm über den Kopf strecken. Und die Seite wechseln, schnaufen. Noch einmal nach links. Und noch einmal nach rechts. Und dann gehen wir noch einmal nach links. Dann ganz fein wippen. Atem fliessen lassen. Und die Seite wechseln. Nach rechts wippen. Noch einmal nach links. Ausatmen. In Atmen. Die Seite wechseln. Noch einmal die Seite wechseln. Nach links. Bleiben. Lass den Atem fliessen. Und noch einmal nach rechts. Bleiben. Atmen. Und zurück in die Mitte. Nachher spüren. Dann drehen wir uns nach rechts. Der Rücken ist lang. Schulter senken. Atem fliessen lassen. Langsam lösen. Ausatmen. Rücken rund machen. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Rücken rund. Einatmen. Strecken. Einatmen. Ausatmen. Rücken rund. Und noch einmal einatmen. Verstrecken. Drehen uns nach links. Auch hier die Schulter senken. Atem fliessen lassen. Und langsam lösen. Ausatmen. Rücken rund. Einatmen. Verstrecken. Ausatmen. Rücken rund machen. Einatmen. Brustbein anheben. Dann einmal ausatmen. Rücken rund. Und dann in die neutrale Position kommen. Dann strecke den linken Arm zur Decke aus. Büge den Arm dann. Und ziehe mit der rechten Hand den linken Ellbogen hinter den Kopf. Wenn du willst, kannst du dich nach rechts neigen. So wird die Ehnung intensiviert. Lass den Atem fliessen. Schultern senken. Und langsam lösen. Dann den Arm wechseln. Die rechte Hand nach oben. Dann den Arm bügen. Und mit der linken Hand den rechten Ellbogen hinter den Kopf ziehen. Auch hier, wenn du nach links neigen möchtest. Die Ehnung von der rechten Flanke intensivieren. Atmen. Und langsam lösen. Dann kannst du die Hände hinten verschränken. Allenfalls auch einen Gurt zur Hilfe nehmen. Die Hände ziehen hinten hoch. Brustbein ziehen zur Decke hoch. Atmest du in den Brustbereich ein und aus. Schultern hinten runterrollen. Und langsam lösen. Danke fürs Mitmachen.